So, ich zeige jetzt, wie einfach es ist, seine Videos auf Bitchwood mirrorn zu lassen. Und zwar komplett automatisch. Dazu meldet man sich zuerst an. So, nachdem man seine Daten eingegeben hat, hier der Name, die E-Mail, Adresse, ihr Passwort und hier optional, kann man noch mit eingeben, dann erstellt man sich den Account. So, jetzt hat man ein Profil, jetzt muss man sich einen Channel erstellen. Dazu muss man hier draufklicken. Dann kriegt man eine E-Mail gesendet. Hier kopiert man dann den ganzen Link. Mit den zwei Slacks, die dürfen nicht fehlen. Fügt man dann hier ein. Thanks for verifying your E-Mail-Adresse. Jetzt hat sich ein Channel erstellt. So, Schritt 2 ist, dass man seine Channel-ID sucht. Die findet man, indem man auf seine YouTube-Kamera geht. Hier dann auf die Settings. Dann hier auf die Advanced Settings. Hier ist die Channel-ID. Die kopiert man sich raus. Fügt die hier ein. Klickt hier auf Speichern. Und das war's schon. Jetzt werden die Videos automatisch übertragen. Die Links zu dem Anmelde-Feld und wo ihr die Channel-ID finden könnt, sind in der Beschreibung. Und dann tschüss. Viel Spaß beim Anmelden.